Der Euref Campus Berlin ist ein Reallabor der Energiewende. Bald 7000 Menschen arbeiten und forschen hier in über 150 innovativen Unternehmen und Institutionen. Der zweite Innovationscampus dieser Art entsteht in Nordrhein-Westfalen. Die Euref AG errichtet ein internationales Schaufenster der Mobilitäts- und Energiewende. Direkt neben dem ICE Fernbahnhof Düsseldorf Flughafen. Auf über 80.000 Quadratmeter Mietfläche werden hier mehr als 4000 Mitarbeitende aus etablierten Unternehmen, Start-ups sowie Wissenschaft und Forschung an den Zukunftsthemen Energie, Mobilität und Klimaschutz arbeiten. Der Campus bietet einzigartige Event-Locations, Platz für Forschung und Lehre sowie nachhaltige regionale Gastronomie. Die Mobilität der Zukunft wird im NRW Mobility Hub entwickelt und getestet. Ein echtes Reallabor. Mithilfe eines CO2-neutralen Energiesystems beweist der Euref Campus, dass die Energiewende machbar und bezahlbar ist. So erfüllt er die CO2-Klimaschutzziele der Bundesregierung für 2045 bereits von Anfang an. Werden auch Sie Teil der innovativen Euref Community und informieren Sie sich noch heute über freie Mietflächen. Mietfläche 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 Untertitelung des ZDF, 2020